In der Stadt Bern sollen alle Kinder die gleiche Chance auf eine gute Bildung haben. Darum ist es mir sehr wichtig, dass Kinder Deutsch lernen, bevor sie in den Kindergarten kommen. Dann müssen Kinder zuerst noch Deutsch lernen, besteht Gefahr, dass sie Lernverzögerungen haben, die dann schwierig aufzuholen sind. Wir starten 2020 das Projekt Deutsch lernen vor dem Kindergarten, damit Kinder auf spielerische Art und Weise Deutsch lernen können und dann gut vorbereitet und mit Freude in den Schulalltag einsteigen können.